hallo und herzlich willkommen heute wieder mal eine map vorstellung agro dachier oder sowas wir gehen rein gucken und starten wie üblich unser ding spiel wir sind hier in beim shop sieht's aus sieht so aus das ist der alte shop noch ne kennt man den nicht noch von irgendwer her da hat aber viel her so ok unser auto wir starten wie immer mal bei der pda große map wir gehen wie immer von oben nach unten ganz oben haben wir viel handeln gehen wir gucken ok geld nämlich immer gerne so ist doch schön so gleich mal zum anfang kleine news wenn es noch nicht mitbekommen hast jeden montag und donnerstag um 17 uhr bis ungefähr 20 uhr gibt's live stream hier auf youtube schau doch gerne mal rein und ja ist ziemlich gemütlich wir haben just chat und alles und wir zocken wir labern ja das ist ziemlich kuschelig da also schaut auch gerne mal vorbei und lassen aber da so zug mieten ist ja gleich nebenan gehen wir gleich hier gucken ok ist jetzt nicht so ne also ist zwar schön gemacht ähm es sind halt die alten ich weiß nicht ob die map konvertiert worden ist äh ein bisschen leer finde ich ne da könnte man schon ein paar sachen also gar hier da so äh was haben wir denn noch hier schokoladen fabrik das ist ein bisschen scheiße hier ne man kann nicht hier ja gut man kann über die wiese fahren aber ein bisschen schade dass hier nicht äh ne was geht es geht was haben wir denn hier werbung an der wand weiter geht's zum nächsten flora was ist denn flora flora ist ja immer macht die das kennen wir doch ja das ist doch von der anderen brüchnern das durch brüchnern vom 17 oder 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 was 19 17 habe ich ne es war 17 ich hoffe es mal so kalkstation ganz links können wir nicht freuen wir gehen hier zum getreide steinbrecher ne das ist schon wieder hier schräg dass das immer nicht gerade gemacht wird ne oh steinbrecher und da kommt ein zück zu kennen wir ja das ist ja nichts neues eigentlich hier wieder normales zug gedünst hier äh wo also eigentlich sieht er gut aus ne als als bahnhof güterbahnhof könnte man den auch gut immer noch schiffe aber hinten ey jo digger voll schiffe ähm jo schiff schiff schiffi schiffi äh hier gibt es einen schönen fluss hier noch ne wir gehen wir müssen ja hier rechts oben noch gucken jo guys einlage ist immer wichtig warte fack äh keine fahrsilos das ist aber scheiße ne das will ich jetzt gucken wie teuer wäre dann ähm ähm kann man nicht kaufen man kann das land nicht kaufen wo soll ich denn hier das fahrsilo abkippen wenn ich das land nicht kaufen kann oh gott also das sind ja wieder die dinge wo Chines dann wieder zulässt ach gott 1,7 millionen muss ich bezahlen und dann darf ich noch selber fahrsilos hinstellen du bist ja ein lustiger kerl du so Gurt äh nein ich will doch kein Gurt ah Geld geht auch nicht viel boah du bist ja geizig 100 ist das ein Geizkragen das ist ja ein richtiger Geizkragen gut das sieht gut aus da hier aber das ist ja ein richtiger Geizkragen der Junge hier äh äh Eisenboden schon wieder ne hat es schon wieder hier so ein paar Bergchen draußen rum hier ein paar Bergchen so na gut wenigstens hat er die Strasse gerade gemacht ja das kennen wir das hat er nochmal passiert es ist das gleiche Gebäude ich spreche mich jetzt nicht so alles so an hier Scheune wir haben eine Scheune hier ja ok ist halt alles ein bisschen hingeklatscht ne so hier unten äh Serialien Fabreg ja also äh Dings ne ja ist alles über über Feldweg oder wat naja da unten ist Bedrugs irgendwas sollte hier eine Strasse sein wo ist eine Strasse hier wat da hell ja hier ist sie hallo naja äh das ist aber nicht der Hof jetzt hier ne sieht nein das ist nicht der Hof der Hof haben wir noch nicht gesehen BGA haben wir ja schon gesehen Tankstelle kann man ja auch mal schnell gucken also das ist aber eine komische Tankstelle hier das ist aber eine ziemlich weit weg ok ist ziemlich weit weg die Landschaft haben wir jetzt auch noch nicht gesehen oh ne das ist wieder die übelsten äh Posten hier ne die Textur ist einfach bescheiden bescheiden viel Wiese hier ne so warte geht's wo waren wir denn jetzt gerade hier Scheune haben wir schon gesehen das ist die BGA dann haben wir den Gurt haben wir auch schon gesehen schon wieder Zug der macht Züge ja ist halt das gleiche wie sonst auch überall ne jetzt kommen wir zum Hof wir kommen zum Hof ach du Scheiße ich meine es ist ja schön wenn man was macht aber es ist einfach ich mag das ich meine es ist schön wenn man Platz hat und alles aber hallo als Bauer wenn ich anfange äh Ding ja dann habe ich einen kleinen Hof und baue den dann aus aber äh nicht gleich weißt du ja wow also da hinten haben wir einen Drescher gut Drescher haben wir da unten ist noch was ein Stoppler dann haben wir hier noch einen Träger einen Drescher haben wir einen Träger haben wir noch ja einen MF wir könnten theoretisch auch hier weißt du hier gucken was wir haben wir haben einen ich wollte Fiat sagen das ist aber eine Beleidigung ein Steyr natürlich wir haben einen äh einen Valtra und einen MF und ein Träger und ein Auto und ein kleines Hängerli Hängerli ein Düngerstreuer wir haben eigentlich nichts also wenn du so guckst haben wir eigentlich ne keine Düngerstreuer keine Spritze kein Pflug kein nichts oh wir haben einen Stöbler so also den Hof haben wir gesehen da gibt es nicht viel zu sehen da gibt es echt nicht viel zu sehen äh zwei Felder hinter uns ja da kann man nicht viel sehen ne Viehhantel da hat er zwei drin wir haben ein Ledli Ledli gucken das ist bestimmt auch wieder 100 Alter wie geizig wie geizig ist das denn ich glaube wir müssten einfach mal hier in die Stadt gehen wo sind wir denn jetzt hier gerade ist das unser Auto das ist der Shop hier ne ja der Job Getreidermulle komm wir gehen mal Getreidermulle oh Gott diese Grafik ist sehr sehr das Licht wir gehen gucken es sind aber amerikanische Gebäude oder nicht hat er jetzt dreimal die gleichen ja gut das geht ja da unten das passt jetzt aber überhaupt nicht hier rein ne der Style ist komplett anders gut wir gehen hier gucken das sind die Gebäude aus der Erlengard ne aus der Alpenmap äh wir gehen er hat nicht mal keine Zäune gar nix das ist aber schade hier das ist schon sehr schade gut wenigstens hat er das gemacht aber Details hat er jetzt auch keine drin bei den Häusern das ist auch ziemlich aber es sieht nicht so schlecht aus nicht so schlecht das könnte schlechter sein noch schlechter noch viel 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 schlechter das ist glaube ich hier die Flagge von ihm hier oder von der sein geland so ich würde gerne hier laufen wie laufen wir jetzt einfach weil ja ich glaube bei der Map macht es jetzt nicht mehr viel aus ob man jetzt hier läuft oder nicht läuft es sieht wirklich so aus ob das die konventiert wurde ne das ist hier einfach irgendwie das sind ganz alte Sachen die außerhalb alte 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 Sachen benutzt so die Gersche die ist auch nicht mehr frisch so ich will einfach mal gucken außenrum ob er vielleicht hier noch so Dinger hat gut ich mache auch nie ähm Gräberein oder sowas weil ja ist halt immer verbunden mit Toten so das muss ja nicht sein ne die Gersche reicht Kiesel, ich sehe es nicht, ne? Es müsste 8.05 Uhr sein. Könnte stimmen. Weil die soll ja funktionieren. Das ist auch, das ist gut. Das sieht schön aus. Aber dass er um die Häuser einfach keine Zäune hat, finde ich sehr schade. Ähm. Zusatzmod hat, hier hat er es wieder gemacht. Da hat er nachher keinen Bock mehr gehabt. Nein, das reicht. Wow. Was ist denn das? Wo sind wir denn jetzt gerade? Ich sehe mich nicht mehr. Äh. Ah, hier ist er mal. Das ist der Viehhandel. Das ist aber minimal hier, ne? Oh Gott. Das sieht richtig, das sieht eigentlich so aus, wie wenn ich jetzt mal ein Haus als Ding setze und noch nicht weitergemacht habe. Da fehlen hier so Container vielleicht. Ein bisschen Wasser. Ja. Also wir sind ja nicht mehr hier im bei LS11 oder so. Sondern wir sind dann schon ein bisschen weiter jetzt, ne? Man sollte schon ein bisschen mehr. Hier hat er wenigstens eine Muldonne. Eine Bustelle. Oh, 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 oh. Kranplätze müssen verdichtet sein. Wie kommen wir denn da rein? Alter, da hat er aber hier richtig, ne? Das ist ja hier abgesperrt hier. Da kommen wir gar nicht rein. Wie wollen denn die Bauarbeiter hier reinkommen? Hättest du ja einfach, äh, eine Tür machen können und eine Kohle rein? Ich meine, das macht ja jetzt nix hier. Das ist, äh, gemein. Das ist schon nicht, nicht cool. Weil man kann ja da reingehen. Schrecklich. Schrecklich. Hier, laufen, laufen. Aber Autos habe ich bis jetzt hier, kam hier ein Auto oder nicht? Weil hier müsste schon ein Auto fahren. Ich habe noch nix gehört. Ein Typ läuft jetzt hier rum, ja? Ja. Ja, aber. Warte. Gehst du hier raus so. Meine Hose ist dreckig. Und hier, das Auto, das musst du hier verstecken. Das ist eine Bäthöhle. Das muss man einfach da drin verstecken. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Ja, das ist ja die neue, ne? Das neue DLC hier. Kleine Werbung hier machen, hier. für Chines. Hier. Premium Expansion ist draußen seit dem 14. glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Was haben wir denn für ein Datum halt? Ja, ich glaube 14. 14. November 23. So. Also zu entdecken gibt es jetzt hier nicht mehr. Wir sind jetzt wieder hier. Einmal im Kreis laufen und dann sind wir hier. Oh. Käserei. Wir gehen mal gucken. Wie Käserei. Was will ich? Ist denn jetzt die Käserei? Ich bin hier gespawnt. Das ist doch keine Käserei hier. Warte mal. Ich gucke. Molkerei. Das soll eine Molkerei sein. Der Junge hat einfach mal die gleichen... die gleichen Dinger genommen. Ja, nee, oder? Wäre das hier für die Milch, oder was? Ja, die werden außen gelagert. Das ist klar. Das muss einfach so sein. Nein, die werden einfach mal... Die Milch wird draußen hingekippt hier. So wie Gülle hier rein damit. Hier waren wir. Schreinerei und die Käserei. Da oben haben wir schon geguckt. Hier haben wir noch ein kleines Gedürfe. Vielleicht hat er ja alles wieder kopiert. Hier haben wir den... den... Allesvernichter hier sozusagen. Die Brennanlage. Hier hat er jetzt Säune gemacht. Nachher hat er keine Lust mehr gehabt, oder wie? Ist das auch ein Hof oder sowas? Wo sind wir denn jetzt hier? Können wir das Land kaufen? Wir können nichts Großartiges kaufen. Die Preise sind ja gesalzen hier. 600.000 für so ein kleines Minifeld. Das ist aber schon heftig hier, oder? Geizig ist er mit den... Wie soll ich jetzt sagen? Mit den Suchobjekten. Wie heißen die denn? Special Ding. Keinen Spielplatz oder sowas? Die armen Kinder hier. Hier hat er nochmal was. Aber du kannst... Eigentlich ist es wahrscheinlich nur so... Ja, ich fahre jetzt nach Hause. Dann kann ich mir meine Fahrzeuge parken. Muss man zwar nicht kaufen. Was hat er denn hier für ein Gerüble hier? Äh. Äh. Ja. Ich bin nicht mehr. Ich bin mit dieser Katastrophe hier. Shop haben wir gesehen. Können wir nochmal... Wir sind da gestartet. Wir müssen nicht... Ne, hier ist eine Werkstatt nur. Boah, nee. Boah, nee. Alter. Kann man nicht geben, ey. Schon wieder eine BGA? Und schon wieder ein kleinerer Platz. Jetzt gehen wir mal gucken. Wir können die gar nicht kaufen. Andere Seite. Andere Seite. Hier kann man machen. Aber schon wieder so ein riesen Platz. Oh, der Junge hat es echt nicht. Auch 1,7 Millionen. Oh God. Nein, das kann man doch nicht speichern. Er schmutzt doch meinen Safe nicht. Safewerk. Das alte. Das war ein gutes Ding, ne? Das war ja, glaube ich... Wir werden das jetzt. Vertex oder so? Das war gut. Aber die Textur ist, glaube ich, bescheiden hier. Hier, wenn du die Bäume reinmachst, kannst du hier gleich mal wegzwirbeln hier. Wasser. Das ist eine schöne Bridge da hinten. Äh, ja. Ne? Und die gibt es auf dem Motag, ne? Von Shines. Wo ich gejoint habe, gab es schon mal Fehler. Und Shines sagt, sie kontrollieren die Maps, ne? Bei mir macht man so ein Theater und andere dürfen es, ne? Gut, vielleicht ist... Ja, ich sage jetzt nichts mehr, ne? Ich sage gar nichts. Viehhändler gibt es aber vieler hier, ne? Wir haben wieder eine Stadt, so ein kleines Gdürfen. Vielleicht nochmal Werbung. Hier ist wahrscheinlich... Ja, das ist ja der Viehhändler. Das... Das sollte eigentlich Bäckerei sein. Das sind Backwaren. Was für Backwaren haben wir denn? Vor allem... Was haben wir denn für... Ähm... Hä? Ähm... Was? Kurz mal gefragt. Warum ist jetzt hier das vom Expansions-Auch drin? Das verstehe ich nicht. Der hat doch... Äh, scroll doch jetzt! Tut doch nicht weh. Hm. Man kann die sogar verkaufen. Und die Map ist älter. Verstehe ich jetzt nicht ganz, ne? Verstehe... Äh, 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 äh. Verstehe ich nicht. Warum sind die hier drin? Hm. Hm. Muss ich mal... What the hell? Gutes Brett. Gutes Brett. Wow. Also das ist er schon hier, ne? Äh, 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 äh. Da hinten ist ne Geräse. Können wir mal gucken. Hier ist wieder so. Du kannst ja gar nicht reinlaufen. Hier hat er gar keinen Bock mehr gehabt, ne? Also hier hat er gesagt, nein, ich mach nicht mehr. Ich will nach Hause. Hier hat er auch keinen Bock mehr gehabt. Aber egal, was ich reinschmeißen. Fertig, komm. Weg. Weg. Alles weg. Hier auch nicht. Alter. Das ist ja hier. Das ist ja hier. Oh, Mann. Gehen wir mal gucken. Läuft das Ding noch? Oder läuft das nicht mehr? Weißt du noch hier? Mit dem Kroon. Da konnte man früher hochlaufen. Äh, und uns Geld verdienen. Ne, Kroon geht nicht mehr, ne? Der ist ja mal. Hat ja mal funktionisiert. Scheiße, ne, doch. Doch, doch, doch. So, wir müssen noch, ähm. Okay, wenigstens hat das Kohli da. Ja. Ja. Äh. Ja. Ähm. Ja. Ne? Zap. Was ist ein Zap? Wow. Das ist aber ein rieses Ding. Ein riesen Ding hier, ne? Was haben wir denn hier rein? Ah, Zucker. Zap. Zucker. Zap. Was haben wir denn hier unten? Elektrische Tankstelle, natürlich. Ich sehe das an der Blüde. Elektro Tankstelle, ja. Ähm. Was könnte das sein hier? Das Spinerie. Die Spinnerei. Ich spinne doch alle, ja. Die Spinnerei. Mit Licht. Ja, gut, ne? Äh. Getreide, äh. Was für ein Ding? Getreide. Leverator. Okay. Das ist genau die Halle, wo ich immer meine, ne? Wenn du denkst, hier kippen willst mit dem Kipp, oder? Dann bleibt er immer hängen und so. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier gelandet? Was haben wir denn hier gelandet? Hier. Sieht aus wie eine Vierfachmap hier. Heu und Strohverkauf. Ja, ist auch wieder vom alten Ding, ne? Ja, hier müssen wir aber nicht hin, oder? Nein, da müssen wir jetzt nicht gucken, weil es ist genau das gleiche wie sonst auch. Äh, die Landschaft haben wir eigentlich noch nicht angegoogelt hier. Aber da können wir in den Zug reinsteigen. Können nicht mehr in den Zug reinsteigen, ja. Alter Scheiße. Da fahren aber viele Züge hier, ne? Aber echt viel hat er eingebaut. Da hat er echt viel eingebaut. Wir gucken, wir gucken, wir müssen halt noch schnell durchfahren. Durchfahren. Halte noch ein bisschen aus. Wir fahren jetzt quer durch die Pompe hier. Und gucken uns das hier von weiter weg an. Wir können auch fliegen, aber ich finde vorn besser. Krieg mal ein bisschen das Gefühl, was ist denn das hier? Alter, Hügel. Einmal mal Hügel. Hopp, hoch. Das ist wegen der Clip-Distanz, ne? Äh, jup. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre hier gerade. Ach so. Außen, äh, Ding. Hier schon wieder. Werbung. Ich fahre jetzt mal über den Hügel hier. Das ist ja... What the f... Okay, der hat's... Äh, sind das jetzt mehr Felder? Das sind riesige Dings hier, ne? Kann man das wenigstens kaufen? Das kann man kaufen, ne? Ist aber auch schweineteuer, das Ding, ne? Da unten ist unsere Höfe, glaube ich, hier. Einfach nur Gras, ne? Einfach nur raus. Und da hinten ist... Was ist denn das da hinten? Der Turm. Sieht aus wie eine Ölpumpe. Ja, okay. Die Felder sind aber auch hier ein bisschen, ähm... Ja, ich hab die Clip-Distanz auch runtergeschalten für die Dinger. Weil manche Maps, ähm... Laken wie Sau, ne? Und deshalb, dass ich auch schön... Dass ihr auch schön gucken könnt, ohne hier Gerückel. Da hab ich das extra runtergeschalten. So, jetzt fahren wir mal hier entlang. Sie ist zwar hügelig, aber... Ja, Feldwege... Wär jetzt natürlich Feldweg schön gewesen hier rein, hier, ne? Hätte ich jetzt gemacht, aber ich bin ja nicht der Mapper, ne? Und hier hat er einen Wall gemacht von Stoin. Na? Ja, ich meine, dann müsste er selber entscheiden, ob die Map gut ist oder nicht. Aber ich find's jetzt, äh... Ja, ich find's halt... Und was ich interessant finde, ist... Warum sind die hier jetzt? Weißt du, das versteh ich nicht ganz. Ich mein, die Map ist schon länger draußen. Die ist jetzt nicht erst gerade gekommen, sondern... Ich glaub's mal. Muss ich nachher gucken. Naja, gut. So, wir stoppen hier, ne? Weil... Wir haben sie eigentlich jetzt gesehen. Viel ist hier echt meistens das Gras hier, ne? So, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn dir die Map gefällt. Hier bei Motive von Shines einfach mal oben bei Suche eingeben. Und dann bist du da. Einfach. Ist so einfach. Gut. Ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Einfach. Vielen Dank.